Willkommen zu meinem Video über Fließkommazahlen. Wenn Sie sich mit Programmieren auseinandersetzen, sind Sie Ihnen sehr vertraut. Fließkommazahlen, das sind so Datentypen, die heißen entweder Float oder Double. Früher hießen die mal Real. Das sind also Variablen-Typen, die können Zahlen aufnehmen, die was hinter dem Komma haben. Naiv ausgedrückt. Wir kennen natürlich die anderen Datentypen, diese Integer, diese Ganzzahl-Datentypen. Die sind exakt darstellbar, in dem darstellbaren Bereich. Also wenn Sie 1023 haben, dann ist es exakt dieser Wert. Diese Fließkommadatentypen haben eine endliche Genauigkeit. Das führt zu gewissen Problemen. Aber es ist klar, wir brauchen die ganz dringend, wenn wir wissenschaftlich rechnen, wenn wir Gleichungssysteme lösen zum Beispiel, dann kommen ja immer krumme Zahlen raus. Das heißt, wir müssen die Variablen speichern. Und es hat sich halt über die Jahrzehnte der Fließkomma-Ansatz als geeignetes Mittel herausgestellt, weil, wie der Name schon sagt, ist die Genauigkeit abhängig von der Größe der Zahlen. Man kann also sowohl ganz kleine Zahlen als auch ganz große Zahlen in dem gleichen Datentyp speichern. Deswegen sind sie so geeignet. Dem gegenüber gäbe es dann Festkommazahlen. Die haben aber vielleicht in der Finanzmathematik eine Bedeutung, wenn man weiß, das Komma ist immer an der Stelle zwischen Cent und Euro. Aber heute soll es über Fließkommazahlen gehen in diesem Video. In diesem ersten Teil möchte ich erstmal die Grundlagen der Darstellung von Fließkommazahlen beschreiben. Und zwar erstmal, was ist es überhaupt, mit Fließkommazahlen darzustellen? Und dann möchte ich die Hauptabbildungen, nämlich von Binär zu einem Zahlenwert und umgekehrt darstellen. Und dann komme ich zu diesem ominösen Begriff der Normalisierung. Damit das Ganze etwas klarer ist, möchte ich direkt die Fließkommazahlen mit einem konkreten Beispiel untermauern. Da habe ich jetzt mal so eine Anwendung hier erzeugt. Da kann man Bits eintragen und man sieht sofort das Resultat als Wert. Wir werden damit gleich noch ein bisschen rumspielen. Ich wollte es jetzt an dieser Stelle schon mal zeigen. Also hier kann man so ein paar Bits sehen und Sie sehen immer direkt unten, was das bedeutet. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal überlegen, was ist überhaupt eine Fließkommadarstellung und was bedeuten jetzt eigentlich diese Bits hier? Ja, wir müssen mit ein bisschen Theorie anfangen. Also hier sehen Sie die Formel. Jede Zahl, die ich so darstellen kann, nämlich V, Vorzeichen, M, Mantisse, Basis hoch Exponent, nennen wir erstmal Fließkommazahl. Aber wir müssen natürlich schon ein bisschen genauer sagen, was wir jetzt damit meinen. Also erstmal dieses Vorzeichen, das ist das gesamte Vorzeichen dieser Zahl. Plus und Minus. Jetzt haben wir das mit Mal geschrieben, also muss ich da sagen Plus 1, Minus 1, damit daraus eine Formel wird. Ja, da würde man einfach mal eine beliebige Kodierung mit Bits verwenden. Und üblicherweise würde man sagen, 0 ist das Pluszeichen oder Plus 1 und 1 ist das Minuszeichen. So, wir werden später nicht mehr auf dieses Vorzeichen eingehen, weil es im Grunde genommen nur nochmal ganz außen eine Klammer macht und dann eventuell ein Minus vor die Zahl hat. Das heißt also für den eigentlichen Wert, den Absolutwert, darüber interessieren wir uns ja mal, ist es V unwichtig. Aber natürlich wollen wir auch irgendwann später mal negative Zahlen darstellen. Also müssen wir daran denken, dass wir ein Bit mindestens reservieren. So, wichtiger ist eigentlich für den Wert die Mantisse selbst. So, die Mantisse selbst ist eine Folge von Bits. Ich habe es jetzt mal mit diesen leeren blauen Kästchen dargestellt. Wichtig ist nur, dass wir die lesen, als würde 0 Komma davor stehen. Das heißt, wir nehmen nur den gebrochenen Anteil. So, jetzt wundert man sich, irgendwann würde ich ja vielleicht auch Zahlen wie 100 darstellen können, die nichts dahinter haben. Da müssen wir überlegen, wie wir den Wert so verändern, dass es immer mit 0 Komma beginnt. Das müssen wir uns im Hintergrund behalten. So, dann als nächstes steht hier dieses große B. Das ist diese Basis zu diesem Exponenten, den wir nachher speichern. Dieses große B ist fest. Das heißt, wir speichern das nicht wirklich in einer Variable, sondern das muss man einfach wissen, wenn man also diese spezielle Darstellung nimmt. Häufig im Binärsystem würden wir auch dort eine 2 nehmen. Das ist aber nicht zwangsläufig. Wir könnten auch noch ein anderes B nehmen, aber es sollte eine Zweierpotenz sein. Auch das ist nicht jetzt eine ganz notwendige Geschichte. Wir könnten da auch irgendwelche Chromzahlen nehmen, aber man würde sich dann sehr schwer tun, bei dem, was wir nachher mit diesen Fließkommazahlen machen wollen, nämlich rechnen. Also deswegen tun wir jetzt mal so, als wäre es auf jeden Fall eine Zweierpotenz. In unserem Beispiel nehmen wir sogar selbst die 2, also 2 hoch 1. Aber wichtig ist, es ist keine Zahl, die mit gespeichert wird, sondern das ist implizit in diesem System verankert. Und dann brauchen wir den Exponenten. Der Exponent sorgt dafür, dass wir jetzt diese Fließeigenschaft haben. Weil wenn wir jetzt nur diese Matisse hätten, da kann ich ja nichts fließen. Das ist ja dann immer 0, irgendwas. Und dieser Exponent sagt mir jetzt, in welchem Bereich ich mich überhaupt befinde, wenn ich diesen Exponenten anliebe. Und der Exponent könnte natürlich jetzt selbst wieder eine Fließkommazahl sein. Das wäre aber jetzt deutlich zu kompliziert. Wir nehmen dafür eine ganze Zahl. Jetzt wollen wir aber auch ganz kleine Zahlen darstellen. Das heißt, wir würden auch gerne zum Beispiel negative Exponenten nehmen. Also muss es eine ganze Zahl mit Vorzeichen sein. Also ein signed-int im weitesten Sinne. Da gibt es jetzt wieder verschiedene Arten, wie man Vorzeichen behaftete Zahlen darstellen kann. Also zum Beispiel einer Komplement, zweier Komplement, Exzess. Da ist man auch wieder frei. Das muss man dann aber wissen. Das ist also auch wieder in diesem speziellen Schema verankert, wenn ich so eine konkrete Darstellung habe. Häufig verwendet man Exzess. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine int-Variable nehmen, in Ihrer Programmiersprache würde man da ja typischerweise zweier Komplement nehmen. Kurioserweise bei den Exponenten für diese Fließkommadarstellung hat sich Exzess hervorragend entwickelt. Das liegt einfach daran, dass man diese Fallunterscheidung beim Hochzählen und Unterzählen nicht braucht. Nämlich, ob ich über diese Null drüber gehe oder nicht. Also deswegen machen wir das so. Die Exzess-Darstellung ist für Sie nicht so ganz gewohnt. Aber wie gesagt, da müssen wir uns dran gewöhnen. Ich verwende es jetzt auch in meinem Beispiel. Ja und jetzt kommen wir zum konkreten Beispiel. Also meine konkrete Anwendung, die wir eben schon mal gesehen haben. verwendet folgendes Format. Also das Vorzeichen lassen wir jetzt mal weg. Es ist wichtig, also ich möchte nicht, dass Sie das jetzt komplett ignorieren. Aber es ist für die Darstellung von Werten unerheblich. Also kein Vorzeichen. Die Matisse, da nehme ich 4 Bits hinter dem Komma. Die Basis ist fest auf 2 eingestellt. Und der Exponent soll mal 3 Bits haben. Und in der Exzess-2-Darstellung. Jetzt müssen wir nochmal kurz überlegen, was bedeutet Exzess-2. Das bedeutet, wenn ich eine konkrete Bitfolge habe, die ich in einen Ganzzahlwert übertragen werde, und ich möchte den Wert wissen, dann muss ich davon nochmal 2 subtrahieren. So, hier sehen Sie nochmal diese App jetzt. Und jetzt können wir auch schon mal ein klein bisschen mehr damit rumspielen. Also jetzt wissen wir, dass diese 4 Bits hier, das soll jetzt die Mantisse sein. Ich mache mal einfach ein Beispiel. Also machen wir mal hier zum Beispiel 1, 0, 1, 0, 1. Das ist die Mantisse. Und hier sehen Sie schon immer als Zwischenergebnis den reinen Wert der Mantisse. So, jetzt nochmal, wie kommen wir da drauf? 0,1 bedeutet ja, wenn man sich erinnert, was bedeutet, wenn eine Binärzahl nach dem Komma kommt, dann ist es ja ein Halb. Also dieser 1 ist hier, ist ein Halb, wo die 0 steht, wäre ein Viertel. Und wo diese 1 wieder steht, wäre ein Achtel. Und das letzte wäre ein Sechzigetel. Also das heißt, wir haben ein Halb und ein Achtel. 0,625. Also das müssen wir sich hier als Zwischenwert mal im Kopf behalten. So, und dann haben wir noch den Exponenten. Jetzt habe ich mal hier alles auf 0 gestellt und jetzt eben dieses Kuriose mit der Exzess-2-Darstellung. 0,0,0 wäre ja binäre 0, aber der Wert ist dann eben 2 weniger. Dann machen wir mal einen anderen Wert hier. Dann machen wir mal 1. Das wäre ja jetzt die binäre 1. Dann kommt da, wenn ich 2 abziehe, minus 1 raus. So, das heißt also, diese Zwischenwerte hier dezimal dargestellt. Und jetzt müssen wir das Gesamte zu einem Wert zusammenbauen. Und da ergibt sich eben dieses Multiplizieren. Mantisse mal 2 hoch minus 1. 2 hoch minus 1 ist ein Halb. Also wird dieser Wert hier nochmal halbiert. Kommt raus als Gesamtwert 0,3125. Ja, schauen wir uns nochmal etwas genauer an, wie wir diese Werte jetzt berechnen. Dann, also wenn wir eben wissen, dass, ich nenne das mal den Wert z, das soll jetzt mal der Wert sein, ist das Vorzeichen lassen wir mal weg, aber ich schreibe es jetzt vielleicht nochmal hin, aber für unsere Rechnung ist es mal unerheblich. Mantisse, und zwar jetzt müssen wir das eben mit 0 Komma rechnen. Ich nehme jetzt mal direkt die 2, weil wir hier die 2 fest haben. Und wir haben jetzt hier Mantisse, das waren unsere 4 Bits, da denken wir uns die 0 Komma davor. Dann ist das hier mal ein Halb, das hier ist mal ein Viertel, das hier ist mal ein Achtel, und das hier ist mal ein Sechzehntel. Und da müssen Sie sich jetzt immer diese Ziffer davor vorstellen. Das ergibt diesen Mantissenwert hier. So, und dann den Exponentenwert, der ist in unserem Fall eben das, die erste Ziffer mal 4, mal 2, mal 1. Aber da wir ja Exzess 2 haben, müssen wir hier nochmal 2 abziehen. Und dann können wir das gemäß dieser Formel, können wir das ausrechnen. Ja. Also, dieser eine Weg, der ist jetzt vielleicht noch der einfachere Weg, aber jetzt wollen wir auch mal den umgekehrten Weg machen. Das heißt also, wir überlegen uns einen Wert und fragen uns, wie können wir diesen Wert darstellen. Ja, dazu nehmen wir uns jetzt wieder unsere App. Und ich stelle jetzt mal was ein, und Sie überlegen sich dann selbst, wie man darauf kommt. Also, ich erinnere daran, wir wollen gerne die 5,5 darstellen. Und ich mache das jetzt mal. 5,5. Also, es ist schon mal rausgekommen, was wir haben wollten. Ja, gut, ich habe das natürlich alles ganz toll im Kopf hingekriegt. Aber die Frage ist, wie kriegen wir das denn hin, dass ich da 5,5 brauche? Ich kann auch mal vielleicht, wenn wir das jetzt haben, zum Beispiel, jetzt will ich jetzt gerne die 6,5 machen. Kriege ich das hin? Boah, das kriegen wir hin. Das wäre jetzt zum Beispiel die 6,5. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, wie ich das so schnell hinkomme. Nehmen wir lieber wieder nochmal die 5,5. Das ist eine schöne, klarte Zahl. So, das ist die 5,5. So, die Frage ist, erkennen wir hier irgendwo diese 5,5? Ich behaupte mal, ja. Wir sehen hier 1, 0, 1, 1. So, jetzt wäre so ein bisschen die kleinen Zahlen im Kopf beherrscht von Binärzahlen, der stellt fest, dass 1, 0, 1 ist genau die 5. Binär. Wenn das jetzt eine Ganzzahl wäre. Wie komme ich jetzt nochmal auf 1, 0, 1? 4 plus 1. Wenn wir das 0, mal vergessen würden, wäre ja 4 plus 1 ist 5. Also, die 1, 0, 1 ist genau die 5. Und das hier ist Komma 5. Also, wenn jetzt hier an dieser Stelle, wo jetzt diese Grenze ist nach diesen 3 Bits, das Komma wäre, wäre ja die erste Ziffer nach dem Komma, wäre ja 0,5 wert. Also, ich behaupte mal, irgendwie das hier ist schon die 5,5. Sie steht nur falsch, weil hier steht ja 0 Komma davor. Und jetzt kommt unser Exponent dazu. Wenn wir jetzt das Komma 1, 2, 3 mal nach rechts verschieben, dann wäre das ja genau unsere 5,5, die wir uns vorstellen. Ja, und das schaffen wir, indem wir jetzt sagen einfach, wir setzen den Exponenten auf 3. So, das ist jetzt die 3. Gut, das sieht jetzt nicht nach einer 3 aus, weil das ist ja eigentlich die binäre 5 wieder. Aber in der Exzess-2-Schreibweise ist das genau die 3. Das heißt also, wir kriegen genau diesen Wert hin mit der Überlegung, die ich eben gerade skizziert habe. Ja, wir müssen es ein klein bisschen nochmal auftröseln. Das war jetzt auf die Schnelle so schwierig. Also, ich hätte gerne übersetzt in Binärform die 5,5. So, jetzt die 5,5, ich sage jetzt mal, damit es deutlicher ist, in meinem 10er-System. So, was ist das jetzt nochmal in unserem 2er-System und zwar jetzt mal unabhängig von Vies Komma. Dann habe ich gesagt, das ist 1,0,1, 0,1, ich sage mal so, im 2er-System dargestellt. Damit man es jetzt ein bisschen besser erkennt, wie ich es meine. So, also das ist jetzt die, warum ist das jetzt nochmal die 1,0, 1,1? Naja, das ist ja jetzt die 4, die 1, das wäre die 0,5 oder den Halb. Wenn ich das zusammenzähle, dann ergibt das genau diese 5,5. So, also diese Umrechnung, da kommen wir leider nicht drum herum. Ins Binärsystem müssen wir hinbekommen. Jetzt ist es aber, das soll ja irgendwann mal die Mantisse werden, das ist aber jetzt ungeeignet, weil da steht ja jetzt nicht 0 Komma. Na, was muss ich also machen, um diese Bitfolge, die ich ja schon gebrauchen kann, ihn mit 0 Komma auszudrücken? Naja, wenn ich das so hinschreibe, ist dieser Wert offensichtlich zu klein. Und jetzt ist die Frage, um wie viel ist er denn zu klein? Na, ich habe das Komma 1, 2, 3 Mal nach links verschoben. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass eine Linksverschiebung bedeutet eigentlich immer, dass ich die Zahl halb so groß mache. Jetzt habe ich sie also 3 Mal halb so groß gemacht. Damit der Wert aber erhalten bleibt, also hier soll immer noch ein Ist-Gleich stehen, muss ich den Exponenten auf 3 setzen. Man könnte auch sagen, hier stand ja eigentlich mal 2 hoch 0. Das macht ja nichts aus. Und damit ich den gleichen Wert bekomme, muss ich das eben mit 3 machen. Man könnte es auch anders ausdrücken, vielleicht als Eselsbrücke. Wenn ich dieses Komma nach links verschiebe, mache ich offensichtlich diese Mantisse kleiner. Damit der Wert erhalten bleibt, muss ich das durch den Exponenten ausgleichen. So, und dieser Exponent jetzt in unserer Schreibweise ist jetzt 1, 0, 1, 0. Beispiel in Exzess, in Exzess 2. Die 3 an sich wäre ja 0, 1, 1, aber ich finde sie jetzt in der Exzess 2-Schreibweise. Und damit muss ich da 1, 0, 1, 0 machen. Machen wir nochmal ein zweites Beispiel, damit es vielleicht klarer wird. Wir nehmen mal den Wert 3,75. So, was ist 3,75? Müssen wir mal im Kopf wieder binär umrechnen. Die 3 ist noch klar, 1 plus 1. 7, 5 ist ein Halb plus ein Viertel. Also, sie erinnern uns, 2, 1 und ein Halb Viertel, wenn sie das zusammenrechnen, kommen wir auch auf 3,75. Auch hier, das stimmt ja so nicht, also nicht, wenn wir es in die Mantissen-Schreibweise bringen wollen, die wir haben. Also die Bits, die wollen wir schon mal behalten. So, aber um wie viel haben wir es jetzt verschoben? 2. Also 2 verschoben und das wäre jetzt die, ich müsste jetzt die 4 darstellen in Exzess 2, damit wir das haben. Also wir merken uns jetzt die Mantisse, da sind alle 4 Bits gesetzt und beim Exponenten wollen wir 1, 0, 0 eingeben. Ja, schauen wir mal nach, ob das auch wirklich so stimmt, wie ich mir das vorstelle. So, wir erinnern uns, wir wollten die Mantisse auf 4 mal die 1 setzen und den Exponenten auf 1, 0, 0 und siehe da, wir haben tatsächlich genau den Wert, den wir wollten. So, also wir können jetzt damit jeden Wert ausdrücken, den wir uns vorstellen können, wenn er überhaupt darstellbar ist. Das ist natürlich klar und damit haben wir jetzt schon die beiden Hauptprobleme angerissen, nämlich wie komme ich aus diesen Bits, der Fließkommadarstellung, zu einem Wert und wie komme ich von einem Wert zu den jeweiligen Bits. Jetzt habe ich Ihnen hier noch ein drittes Thema in Aussicht gestellt, das ist diese kuriose Normalisierung. So, dann machen wir mal ein Beispiel. Ich setze mal gerade fest, er ist auf 0, damit es wieder klar ist. Wir nehmen mal, das nehmen wir mal diesen Wert hier. Dann machen wir es mal so. So, das ist jetzt nochmal ein Training. Dieser Wert bedeutet offensichtlich 0,5. Warum? Das 0,1, die Mantisse, hat schon den Wert 0,5 und hier habe ich den Exponenten vom Wert hier auf 0 gesetzt. So, und jetzt habe ich so eine schöne Funktion hier in dieser Anwendung. Die heißt, ich schiebe die Mantisse nach rechts und erhöhe den Exponenten. Wir gucken jetzt mal gerade erst mal nur auf die Mantisse. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wandert die 1 nach rechts. Ich gehe mal wieder zurück. Das ist die Rückkehr. Also, es wandert. So, und gleichzeitig wird der Exponent erhöht. Jetzt schauen wir uns nochmal diese tolle Funktion an und gucken auf den Wert. Und siehe da, der Wert bleibt erhalten. Ich mache das jetzt sogar nochmal. Der Wert bleibt erhalten. Und ich mache es noch ein weiteres Mal. Der Wert bleibt erhalten. Ich kann das ja auch wieder rückgängig machen. Sie sehen, die Bits da oben verändern sich, aber der Wert bleibt erhalten. So, das ist erstmal auf der einen Seite kurios, auf der anderen Seite unschön. So, kurios, naja, sowas haben wir bei ganzen Zahlen, wenn wir das darstellen, haben wir nicht. Manchmal gibt es da Darstellungen, zwei Darstellungen für die Null, aber wenn Sie normalerweise außerhalb der Null eine Darstellung haben, dann ist die eindeutig. Und hier stellt man jetzt plötzlich fest, wir haben für die 0,5 vier Darstellungen, vier verschiedene Bitfolgen, die den gleichen Wert erzeugen. Und das ist unschön. Man sehnt sich immer nach einer eindeutigen Darstellung. Und es kommt noch ein zweites Problem dazu, dass wenn ich die 1, das ist ja letztlich die Beschreibung der Ziffern, wenn man so will. Der Exponent beschreibt ja nur die Größenordnung. Wenn ich den ganz nach rechts schiebe, dann ist weiter rechts nichts mehr möglich. Wenn ich also jetzt zum Beispiel noch eine Zahl addieren würde, die hier weiter rechts ein Bit hätte, dann könnte ich das nicht mehr darstellen. Also der Wunsch ist, wenn ich schon eine nicht eindeutige Darstellung habe und ich würde die gerne eindeutig machen, dann nehme ich die Darstellung mit der größten Mantisse. Weil dann könnte ich hier rechts noch was aufaddieren und das könnte ich auch darstellen. Und dieser Darstellung geben wir auch einen Namen. Das ist die normalisierte Darstellung. Jetzt kann ich Ihnen direkt eine Brücke geben, eine Eselsbrücke oder ein einfaches Werkzeug. Wenn der Exponent 2 ist, dann bedeutet die normalisierte Darstellung immer 0,1. Das würde ich mir jetzt aber nicht zu gut merken, weil wir könnten ja auch andere große Bs nehmen und dann stimmt es eben nicht mehr. Aber an dieser Stelle führt das jetzt zu weit. Lassen wir es also erstmal dabei. Die normalisierte Darstellung würde bedeuten 0,1 und dann kann irgendwas kommen. Was aber im Grunde genommen bedeuten würde, dass ich diese 1 gar nicht mehr speichern müsste, weil die ja immer fest ist. Aber wir speichern sie jetzt doch mal. Grund kommt auch gleich nochmal. Das heißt also, wenn ich jetzt diese Art von Darstellung verletze, indem ich nämlich eben jetzt nochmal das mache, dann steht jetzt hier auch nicht normalisiert, dann ist das eine unerwünschte Darstellung. Und wir finden halt häufig in diesen Standards definiert, dass gezwungen wird, das zu normalisieren. Das kann man natürlich jetzt als Entwickler von so einer Darstellung kann man das frei wählen. Dann kann man sagen, das ist mir im Grunde genommen wurscht. Aber man könnte auch sagen, nein, wenn mein Compiler das als Datentyp nimmt und es gibt ein Ergebnis, dann muss vor dem Zurückspeichern das Ganze erstmal normalisiert werden, damit man damit einfacher weiterrechnen kann. Jetzt bliebe noch die Frage, wie normalisiere ich denn eigentlich, wenn mein Ergebnis nicht normalisiert ist? Also nehmen wir mal ein Beispiel. Also ich mache vielleicht mal jetzt alles wieder auf 0, damit es am einfachsten ist. Nehmen wir mal hier 1,1 als Mantisse. Und hier nehmen wir mal so das. Nehmen wir ruhig mal das hier. 1,5 wäre das. Nochmal ein kleines Training. Warum ist das hier offensichtlich 1,5? Das hier ist ja die binäre 3. Aber die steht ja so ganz rechts. Also bedeutet es ja 3 Sechzehntel. 3 Sechzehntel. Und das hier wäre erstmal die 5. Aber in der Exzess-2-Schreibweise ist es eben die 3. 2 hoch 3 ist 8. Also haben wir jetzt, jetzt wird es ganz kompliziert, 3 Sechzehntel mal 8 ist 3 geteilt durch 2. Okay, gutes Training. Aber das war eigentlich gar nicht unser Ziel. Das sei jetzt mal irgendwie so ein Zwischenergebnis. Und jetzt haben wir die Verpflichtung, das zu normalisieren. Und jetzt können wir natürlich sagen, dann nehmen wir einfach mal einen tollen Knopf. Aber wir wollen natürlich auch wissen, was da passiert. Ich muss diese Bits so lange nach links schieben, solange es noch geht. Also solange ich nicht was rausschiebe. So, und das geht eben genau zweimal. Durch das Verschieben würde ich aber den Wert verdoppeln pro Schiebeaktion. Also möchte ich den Exponenten kleiner machen. So, das machen wir jetzt doch mal mit meinem tollen Knopf hier. Einmal. Und nochmal. Und schon haben wir das gleiche Ergebnis in normalisierter Form. Als letztes möchte ich auf den sogenannten denormalisierten Bereich eingehen. Das ist jetzt irgendwie ein Widerspruch, weil wir haben gerade über Normalisierung geredet. So was bedeutet jetzt denormalisierter Bereich. Das Ziel einer Fließkommadarstellung ist ja, dass man möglichst genau sein möchte. Jetzt gibt es natürlich da einfach eine Grenze. Nämlich so viel Bits, wie ich habe. Mehr geht nicht. Wenn ich jetzt aber ganz kleine Zahlen darstellen möchte, dann ist es sehr hinderlich, dass ich die normalisieren muss. Und da kommt dieser sogenannte denormalisierte Bereich ins Spiel. Da geht es also ganz besonders um sehr kleine Zahlen, die man nicht in der normalisierten Darstellung zeigen könnte. Wir nehmen mal eine Zahl, nehmen wir mal hier ein Sechzehntel und machen wir hier mal ruhig Exponent Minus 1. Jetzt ist das offensichtlich nicht normalisiert. Jetzt kann ich es ja einmal normalisieren oder versuchen zu normalisieren. Also ich will die 1 möglichst weit nach links schieben. So was machen wir da? Wir nehmen hier unsere tolle Funktion, die das macht. Ich schiebe das jetzt nach links. Und siehe da, ich mache es vielleicht nochmal zurück. So war es zuerst. Hier sehen Sie den Wert. 0,031. Und jetzt mache ich es einmal. Super. Jetzt könnte ich auf die Idee kommen, es nochmal zu probieren, weil es ist ja immer noch nicht normalisiert. Jetzt mache ich das mal. Und jetzt hoppla. Jetzt springt es zu einer sehr großen Zahl. So was ist passiert. Ich gehe nochmal einmal zurück. Das war das Letzte, was noch ging. Wir haben ja hier schon die Bitfolge, die den kleinsten Wert darstellt, nämlich Minus 2. Wenn ich also jetzt nochmal einen Schritt machen wollen würde, würde das hier zur größten ganzen Zahl umspringen. Das wäre der Wert 5. Und damit könnte ich zwar hier meine Normalisierung erreichen, aber hätte einen anderen Wert. Das ist genau das Problem. Also wenn ich ganz kleine Zahlen darstellen möchte, diese Zahl hier, die kann ich nicht normalisiert darstellen. Und jetzt, wenn ich das erlaube, das muss natürlich der Erfinder einer konkreten Darstellung sagen, wenn er also erlaubt, dass man einen denormalisierten Bereich in die Darstellung aufnimmt, dann bedeutet der Folgendes, wenn der Exponent ganz klein ist, und zwar er muss das Minimum sein, Das wären also jetzt hier diese Bitfolge, die die Minus 2 darstellt. Wenn dieser Exponent also diesen Wert hat, dann gebe ich die Normalisierungsbedingungen auf und kann dann hier auch kleinere Werte zum Beispiel darstellen, die sind dann darstellbar. Aber es muss erlaubt sein, wenn man sagt, na nein, das geht gar nicht, dann könnte ich diese Zahl gar nicht mehr darstellen. Aber wir sehen hier, ich könnte jetzt zum Beispiel bis zu dieser Zahl hier runter gehen. Die könnte ich immer noch darstellen in diesem denormalisierten Modus. Das steckt jetzt dahinter. Ja, das soll für den Augenblick erstmal reichen. Ich hoffe, ich habe Sie etwas erleuchtet bei der Darstellung von Fließkommazahlen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, gucken Sie sich gerne den Teil 2 an. Da wird es dann darum gehen, was sind denn eigentlich die Grenzen der Darstellung für eine konkrete Fließkommadarstellung, also was ist Maximum und Minimum. Und was ist die Genauigkeit? Also gibt es irgendwie Grenzen? Ja, wir wissen schon, es gibt sie. Aber wie sehen diese Grenzen eigentlich genau aus?